Ja, guten Tag zusammen. Ich möchte mal wieder was zeigen. Es geht um das Wickeln von dem Jewel Thief. Und wer die letzten Videos vom Action for Free gesehen hat, schönen Gruß an der Stelle, hallo. Wer die letzten Videos von ihm gesehen hat und auch ein bisschen zugehört hat, der wird mittlerweile festgestellt haben, dass da immer von der A4F-Wickelung, Wicklung nach A4F die Rede ist. Und ich habe das Gefühl, ich muss da jetzt mal ein Video drüber machen. Und zu dem Zweck, ich habe mir mal einen Ferritkern hingelegt hier und habe mir mal zwei Drähte zusammen gemacht. Und jetzt zeige ich mal den Unterschied von der normalen Jewel Thief-Wickelung, wie ihn jeder kennt, und zur A4F-Wickelung. Und zu dem Zweck wickele ich jetzt einfach mal das normale Jewel Thief erstmal, zeige das kurz, so als Wiederholung, und dann zeige ich mal die A4F-Variante. Fangen wir mal an, wickeln wir mal. Kennt man ja, steckt man durch. Wickelt das hier von innen nach außen, habe ich jetzt. Und dann steckt man das ein paar Mal durch. Das kennt ihr ja alle, das ist ja kein Geheimnis. Das ist der ganz normale Schaltplan, den man überall auf Wikipedia findet. Kein großes Geheimnis. So, ich mache das jetzt auch nur zur Veranschaulichung. Ich mache das jetzt auch nicht schön oder so. Das wäre praktisch die normale Jewel Thief-Variante schon. Da würde man jetzt einfach hier den blauen und den roten, also den blauen vom Anfang und den roten vom Ende, den würde man jetzt zusammenzwirbeln. Dann hätte man hier sein Plus, seine Mittelanzapfung. Und an die anderen beiden würde man jetzt Basis und Kollektor anklemmen. Halt auf die äußeren Basis und Kollektor jeweils. Und in der Mitte hätte man dann Plus, Plus Eingang. Da käme die Batterie dran. Das wäre die normale Jewel Thief-Variante. Das kennt er ja. So, jetzt wirken wir das Ganze nochmal kurz auseinander. Und dann zeige ich euch die andere Variante. Und dafür nehme ich jetzt nur einen Draht. Das ist dann für mich auch einfacher zu zeigen. Außerdem braucht man keine zwei Dritte parallel. Das ist der Witz bei der Wicklung. Und im Prinzip kannst du den ganzen Draht durchstecken. Im Prinzip habe ich gesagt, blödes Füllwort. So, man nimmt nur einen Draht, wickelt wie gehabt, wie man es mit dem parallel genommenen auch hätte machen würden. Auch würde machen, machen würde. So, das soll zur Veranschaulichung schon reichen. Vier Windungen. Wenn man jetzt seinen Kern halb voll hat. Wenn man jetzt 20 Windungen machen will, insgesamt, dann lässt man hier, dann nimmt man halt 10 Windungen auf der einen Seite. Und dann lässt man eine Windung etwas länger. So. Und dann wickelst du einfach im selben Wicklungssinn, wie du angefangen hast, wieder von innen nach außen. Und dann wickelst du den Kern dann fertig voll. So, stecken wir es noch zweimal durch. Mal einmal reicht. So, jetzt denkt ihr euch einfach, das hier wären jetzt auch vier Windungen auf der anderen Seite. Dann bildet sich automatisch durch das, was länger raushängt, was man länger hat raushängen lassen, bildet sich hier dann die Mittelanzapfung. Hier klemmt ihr dann euren Plus an. Und die beiden frei bleibenden Enden, die sind dann Basis und Kollektor. Und das ist schon alles. Das ist die Wickelvariante A4F. Oder Action for Free. Wie gesagt, ich habe es nach ihm benannt, weil wir haben uns im Discord stundenlang über Wicklungsvarianten unterhalten. Und er hat mir versucht zu erklären, wie es gewickelt hat und so. Und damit ich es besser verstehen konnte, damit ich mir merken konnte, was er mir sagen wollte, habe ich das für mich dann halt Wickelvariante A4F genannt. Und das hat sich irgendwie eingeschliffen und jetzt heißt es halt A4F-Wickelung. Wie gesagt, ihr geht mit dem Draht einmal rein, wickelt halb voll, lasst einmal ein Stück rausstehen, dass ihr hier anlöten könnt, wickelt im selben Wickelsinn wieder zurück, kommt dann raus. Hier sind eure Transistoranschlüsse und das wird Plus. Das ist die Wickelvariante A4F. Schönen Tag noch. Tschüss.